Louis Nicolas Wauklin XIV. November 1829 Eben da war ein französischer Apotheker und Chemiker. Leben L. N. Wauklin war der Sohn von Nicolas Wauklin und seiner Ehefrau Catherine Le Chatier. Sein jüngerer Bruder war Jean Nicolas Wauklin. Schon in seiner frühen Kinder- und Jugendzeit arbeitete er als Landarbeiter auf einem Gutshof, den sein Vater verwaltete. Seine erste Bekanntschaft mit der Chemie machte Wauklin in einer Apotheke in Rouen, wo er von 1777 bis 1779 als Laborassistent arbeitete und eine Apothekerlehre absolvierte. Nach mehreren Wechseln war er von 1783 bis 1791 Assistent des Chemikers Antoine-François de Fourcroix. Anfangs erschienen Wauklins Veröffentlichungen als die seines Vorgesetzten später unter Nennung beider Namen. Ab 1790 publizierte Wauklin unter eigenem Namen. Bis zum Jahr 1833 erscheinen 376 Veröffentlichungen. Meist beschreiben sie aufwendige Trennungsgänge und Analysen. Bei der Vielzahl der untersuchten Substanzen ist es überraschend, dass Wauklin nur zwei chemische Elemente entdeckte, Beryllium und Chrom. Im November 1829 verstarb Wauklin während eines Besuches in seiner Heimatstadt. 1812 wurde er zum korrespondierenden Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften gewählt. Seit 1823 war er auswärtiges Mitglied der Royal Society. Wirken Durch seine analytischen und präparativen Arbeiten bereicherte Wauklin die Chemie sowie die Mineralogie seiner Zeit. Neben Josef-Louis-Gelossac-Claude-Louis-Berthollet und François-Antoine-Henri des Crozilles gehörte er zu den Pionieren der Titrimetrie. Auch der Gravimetrie als analytischer Methode verhalf er neben Martin Heinrich Klapproth und Richard Kirwan zu neuem Ansehen. Wichtig war vor allen Dingen seine Beschreibungswut mit der er Erkenntnisse und Methoden schnell verbreitete und nachvollziehbar machte. 1797 entdeckte Wauklin unabhängig von Klapproth das Element Chrom im Rotbleierz einen sibirischen Erz. Präparative Arbeiten zur Darstellung von Chromverbindungen wie Kaliumdichromat und Bleichromat schlossen sich an. Ein Jahr später wies er nach das Beryl das neue Element Berylium enthält. Gemeinsam mit Vorkreu untersuchte er Rohplatinats. Allerdings kaminen Smith zu Untennen bei der Entdeckung des Osmiums und Iridiums zuvor. Neben wichtigen mineralogischen Untersuchungen gelang ihm die Isolierung der Hipposäure, des Harnstoffs aus Tierhaus, des Asparagins aus Spargel, der Chinasäure aus China-Rinde und der Fumar- und Malinsäure. Gemeinsam mit Jöns Jakob Berzelius bestimmte er die Zusammensetzung des von Wilhelm August Lampadius 1796 erstmals hergestellten Kohlenstoff Disulfids. Werke Instruction S.U.R. La Combustion de Vigitaux 1794 Manuel de la Seilleur Tour 1799 und 1812 Dixoner de Chimie de Metallurgie 1815 These S.U.R. La Combustion de Chimie de Chimie de Chimie de Chimie de Chimie de Chimie 1820 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR